ADHS und Ernährung – wie die richtige Kost, Konzentration und Ausgeglichenheit fördert. Herzlich willkommen zu unserem heutigen Thema ADHS und Ernährung. Wir werden untersuchen, wie eine gezielte Ernährung das Leben mit ADHS verbessern kann und welche spezifischen Nährstoffe dabei eine Rolle spielen. ADHS oder Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung ist eine neurobiologische Erkrankung, die sich durch Symptome wie Konzentrationsschwierigkeiten, Hyperaktivität und Impulsivität auszeichnet. Diese Symptome können den Alltag von Betroffenen und deren Familien erheblich beeinflussen. Die Ernährung spielt eine wichtige Rolle im Umgang mit ADHS. Obwohl sie ADHS nicht heilen kann, gibt es Hinweise darauf, dass bestimmte Ernährungsweisen Symptome mildern können. Eine ausgewogene Ernährung unterstützt das Gehirn und kann zu einer besseren Symptomkontrolle beitragen. Wissenschaftliche Studien haben gezeigt, dass es einen Zusammenhang zwischen der Ernährung und der Schwere sowie der Häufigkeit der ADHS-Symptome gibt. Bestimmte Diäten und Nährstoffe könnten die kognitive Funktion und das Verhalten positiv beeinflussen. Eine gesunde und ausgewogene Ernährung kann insbesondere bei ADHS-Patienten zu einer Verbesserung der Symptome führen. Dies beinhaltet eine Reduktion von Zucker und verarbeiteten Lebensmitteln, während nährstoffreiche Lebensmittel verstärkt werden sollten. Omega-3-Fettsäuren sind essentiell für das Gehirn und könnten bei ADHS besonders vorteilhaft sein. Studien zeigen, dass Omega-3 die Aufmerksamkeit und Impulskontrolle verbessern kann. Lebensmittel wie Lachs, Walnüsse und Leinsamen sind reich an Omega-3. Ein ideales Frühstück für ADHS-Betroffene könnte aus Haferflocken mit frischen Beeren und einem Löffel Kiasamen bestehen. Diese Kombination liefert langanhaltende Energie und essentielle Nährstoffe, die helfen, den Tag konzentriert zu beginnen. Die Integration wichtiger Lebensmittel in die Ernährung kann die Symptome von ADHS mindern. Gemüse, Vollkornprodukte und proteinreiche Lebensmittel stabilisieren den Blutzuckerspiegel und verbessern die kognitive Funktion und das Verhalten. Zink spielt eine wichtige Rolle bei der Neurotransmitterfunktion und kann helfen, die Symptome von ADHS zu mildern. Lebensmittel wie Kürbiskerne, Rindfleisch und Spinat sind ausgezeichnete Zinkquellen und fördern die geistige Leistungsfähigkeit. Proteine sind entscheidend für die Produktion von Neurotransmittern, die Aufmerksamkeit und Ruhe beeinflussen. Ein hoher Proteinanteil in Mahlzeiten, wie durch Hühnchen oder Tofu, kann dazu beitragen, dass sich ADHS-Betroffene konzentrierter und ruhiger fühlen. Die Bedeutung einer regelmäßigen Mahlzeitenplanung kann nicht unterschätzt werden, besonders BI-ADHS. Ein konstanter Essensrhythmus hilft, den Blutzuckerspiegel stabil zu halten, was wiederum Schwankungen in Stimmung und Energie vorbeugt. Gesunde Snacks sind entscheidend, um den Fokus und die Konzentration über den Tag hinweg aufrechtzuerhalten. Nüsse, frisches Obst und Vollkornprodukte sind ausgezeichnete Optionen, die langanhaltende Energie liefern und nicht zu plötzlichen Zuckerspitzen führen. Ernährungsfallen wie zuckerreiche Snacks oder koffeinhaltige Getränke sollten vermieden werden, da sie die ADHS-Symptome verschlimmern können. Stattdessen ist es ratsam, auf natürliche und unverarbeitete Lebensmittel zurückzugreifen, die den Körper nähren. Zucker hat einen direkten Einfluss auf das Verhalten und die Konzentrationsfähigkeit von Menschen mit ADHS. Eine Reduktion von Zucker in der Ernährung kann zu einer spürbaren Verbesserung der Symptome führen und sollte ernsthaft in Betracht gezogen werden. Künstliche Farbstoffe und Konservierungsstoffe sind oft in verarbeiteten Lebensmitteln zu finden und können das Verhalten von Kindern mit ADHS negativ beeinflussen. Es empfiehlt sich, auf frische und naturbelassene Produkte umzusteigen. Die Ernährungsumstellung meines Kindes hat bemerkenswerte Veränderungen bewirkt. Durch den Einbezug von mehr Omega-3-Fettsäuren und weniger Zucker in seine tägliche Diät konnten wir eine deutliche Verbesserung in seiner Konzentration und seinem allgemeinen Wohlbefinden feststellen. Um eine ADHS-gerechte Ernährung erfolgreich umzusetzen, ist es wichtig, strukturiert vorzugehen. Wir haben angefangen, die Mahlzeiten zu planen und sicherzustellen, dass jede Mahlzeit eine gute Balance aus Proteinen, Kohlenhydraten und Fetten bietet. Die Unterstützung durch Fachleute war in unserem Fall unerlässlich. Wir haben regelmäßig unseren Kinderarzt konsultiert und auch eine Ernährungsberaterin hinzugezogen, die spezialisiert auf ADHS ist, um sicherzustellen, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Die Bedeutung der Hydration wurde uns schnell klar. Mein Kind trinkt jetzt regelmäßig Wasser und ungesüßte Tees, was zu einer besseren Konzentration und weniger Hyperaktivität im Schulalltag beigetragen hat. Ein häufiger Fehler, den viele Eltern machen, ist das Übersehen der Wichtigkeit eines ausgewogenen Frühstücks. Wir haben gelernt, dass ein nährstoffreiches Frühstück entscheidend ist, um den Tag konzentriert und energiegeladen zu beginnen. Das Frühstück spielt eine entscheidende Rolle bei der Bewältigung von ADHS-Symptomen. Ein nahrhaftes Frühstück kann die Konzentration und Energie für den Tag steigern. Es ist wichtig, Lebensmittel zu wählen, die reich an Proteinen und niedrig an einfachen Kohlenhydraten sind. Zum Mittag- und Abendessen sollten ausgewogene Mahlzeiten auf dem Speiseplan stehen, die alle wichtigen Nährstoffe beinhalten. Gerichte mit hohem Anteil an Omega-3, Fettsäuren und Vollkornprodukten können besonders vorteilhaft für die Aufmerksamkeitssteigerung sein. Die Einbeziehung von Diätplänen und das Testen von Eliminationsdiäten sollten immer unter Aufsicht eines Fachmanns erfolgen. Solche Diäten können helfen, spezifische Lebensmittel zu identifizieren, die ADHS-Symptome möglicherweise verschlimmern. Es ist unerlässlich, bei der Umstellung der Ernährung eines ADHS-betroffenen Kindes mit einem Arzt oder Ernährungsberater zusammenzuarbeiten. Diese Experten können individuell angepasste Empfehlungen geben und sicherstellen, dass alle Ernährungsbedürfnisse gedeckt sind. In meiner persönlichen Erfahrung als Vater eines ADHS-Kindes habe ich festgestellt, dass eine gut geplante Ernährungsumstellung signifikante Verbesserungen in Verhalten und Konzentration bewirken kann. Die Unterstützung durch Fachleute war dabei unerlässlich. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass eine sorgfältig abgestimmte Ernährung eine bedeutende Rolle bei der Bewältigung von ADHS-Symptomen spielen kann. Durch die Integration spezifischer Nährstoffe wie Omega-3-Fettsäuren und Zink sowie die Vermeidung von Zucker und künstlichen Zusatzstoffen können Betroffene eine Verbesserung ihrer Konzentrationsfähigkeit und ihres allgemeinen Wohlbefindens erfahren. Ich möchte Sie ermutigen, sich aktiv um eine professionelle Beratung zu bemühen, sei es durch einen Arzt oder Ernährungsberater. Dies ist entscheidend, um eine auf die individuellen Bedürfnisse abgestimmte Ernährung zu entwickeln, die die Symptome von ADHS effektiv unterstützen kann. Bitte abonnieren Sie unseren Kanal, wenn Sie weiterhin informative und hilfreiche Inhalte rund um ADHS und Ernährung erhalten möchten. Ihre Unterstützung ermöglicht es uns, mehr Menschen zu erreichen und zu helfen. Ich danke Ihnen herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und das Interesse an diesem wichtigen Thema. Ihre aktive Teilnahme und das Interesse helfen uns, die Botschaft über die Bedeutung einer angepassten Ernährung von ADHS zu verbreiten. Schließlich möchte ich Sie auf unsere kommenden Inhalte hinweisen, die weitere detaillierte Informationen und praktische Tipps zur Ernährung von ADHS bereithalten werden. Bleiben Sie dran und verpassen Sie nicht die nächsten Folgen.